Diese Albträume habe ich nun schon seit sechs Jahren. Genau zu dieser Zeit haben uns unsere Eltern verlassen. Das war also alles nur ein Traum. Seitdem leben mein großer Bruder Shin und ich auf uns alleine gestimmt. Er war die treibende Kraft in meinem Leben, die mich immer aufgemuntert hat, wenn es mir schlecht ging. Leider zog sich Shin in den letzten Monaten immer mehr und mehr zurück. Jetzt liegt es an mir, eine gute Schwester zu sein. Und dann gibt es noch meine beste Freundin Mari. Obwohl sie die beliebteste Schülerin unserer Klasse ist, hängt sie ausgerechnet mit einem Nichtsnotz wie mir ab. Die String-Theorie deutet auf die Existenz eines Multiversums hin. Die Frage, die sich mir dabei stellt, können wir andere Universen mit unserem Traum? Wieso eigentlich bin ich der Nebencharakter meiner eigenen Geschichte? Ich war eine ganz normale Oberschülerin. Die String-Theorie deutet auf die Existenz. Bis zu diesem Tag. Bis zu diesem Tag. Möchtest du deinen Bruder wieder lächeln sehen? Wer spricht da? Eine Freundin. Diese Welt wird von Anomalien geplagt. Schatten von Kreaturen aus anderen Dimensionen. Normale Menschen können sie nicht sehen. Aber ein jeder kann sie fühlen. Trauer. Verzweiflung. Einsamkeit. Ich will, dass du diese Anomalien aus der Welt verbannst. Warum ausgerechnet ich? Nur jemand reinen Herzens ist dazu in der Lage, die Welt zu verändern. Also nimmst du mein Angebot an. Rührst du zu einem Magical Girl. Ja. Tief im Schatten wartet das Böse. Und es wird versuchen, dich aufzuhalten. Warum tun sie das? Sie wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Während du deine Welt zum Erblühen bringst, verurteilst du meine zum Untergang. Wovon redest du? Magie ist eine grausame und verbotene Kunst. Damit sie wirkt, braucht sie die Energie aus anderen Universen. Mütere! Ich habe dich nie angelogen. Ich will diesen Ort zu einem Paradies machen. Der Preis dafür ist nur die Zerstörung einer anderen Welt. Warum? Warum musstest du mir ausgerechnet dich zu einem Magical Girl machen? Um meine Welt zu retten, war ich bereit, Unverzeihliches zu tun. Nein! 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 Ich bin unglücklich. Vielen Dank.